Wenn sie aus der Nähe zu holen, um zu gucken, wie sie daran aussehen, das tun sie schon als Kant gegen mich. Und heute hat meine Mutter einen neuen Wecker gekauft, weil ich sie nicht zusammengebastelt kriegt. Boah, aber wenn ich natürlich nicht aus der Nähe hält, wenn ich nicht drauf gucke, nicht dekonstruiert, da bleibt der Dumpf hier drüber stehen. Aber das gibt ja auch mal Raphael Springer, der bleibt nie drüber stehen. Den hält auch Sachen aus der Nähe und bastelt sie dann so zusammen, dass etwas Neues dabei entsteht. Am Anfang freien das Motto, wie man sie es noch machen von Natur, das ist nicht so interessant mehr. Interessant geht es da, wo die Natur neu erfüllt. Zu drehen kann ich in der Wirkung von Raphael Springer eine gemeinsame Ausstellung gesehen. Die Ausstellung ist ausgezogen. Denn dann wird es über den aktuellen Akt. mit der Schlecht verschärbelt. Also, ich sehe nicht so, wie es klingen kann. Hier wird sich ein bisschen gucken. Ich fülle es auf die Zelle. Ich brauche auch nichts daraus. Das Herz eines Menschen ist wie ein Vogel, der im Käfig eingesperrt ist. Ich sehe nicht, wie ich sehe. Das sind Dreckaufheben, die ich zum Teil als Dreckereien recuperiere, wo sie ihr Rest daran machen. Aber mir ist das egal. Ich finde es ganz schön. Weil wir an dem Chaos, an dem ich will da ernst zu gehen bringen. Das ist eine Disziplin. Ob ich spontan oder überleuchtende Künstler bin. Also spontan sind ich absolut nicht. Ich habe eine Menge Ideen. Ich weiß ja nie, wer dabei rauskommt. Da wird zack, zack. Wenn ich mir schauen werde, wird es mir besser gefällt. Ganz einfach. Und wenn wir das schaffen, ich weiß nicht, wer dabei rauskommt. Ich muss schon sagen, ich Idiot hätte die Idee. Nach dem Arbeitsnil von denen denke ich, es gut tut. Ich meine, dann habe ich bei den Zeilen nur gefangen. Dann haben sie unten nicht geschwiesen und unten nicht geschwiesen. Dann habe ich oben geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Kilo, Tonnen Nils verschafft haben. Das ist ein typischer Springer. Ich vermisse die normalen Stellen. Das sind dann die Sachen, die ich für den Moment mache. Das ist nämlich am größten. Das werde ich abklatschen nennen. Du hast ja gesehen, es gibt einen Abklatsch. Ja, das hat mich ein bisschen verschafft natürlich. Ich finde, definiere ich meine Kunst nicht. Ich mache, was ich will, hauptsächlich. Und dann sage ich, es nähen und es zusammensetzen. Ich wünsche noch ein ganz flott Beispiel. Das kommt mit. Es ist ein weiteres Beispiel für meine Kunst. Das kann ich nicht recyclerieren. Ich kann sie aus den Ehen holen und zusammensetzen. Ich mache die Pneuen. Dann habe ich eine tibetanische Gebetstrommel gemacht. Hier habe ich eine Skulptur, La Gonflée, die aus drei Taktersschleich gemacht sind, die abgeblasen sind. Also La Gonflée. Hier habe ich eine Pneuskulptur, die Scrooed heißt. Scrooed, weil es Schraube gemacht hat. 33.000 Schrauben. Scrooed heißt auf Englisch, na ja. Und dann werde ich auch Scrooed. Ich möchte euch aus den Schrauben erstellen, wo ich Mattmeine. Da kann man jetzt gucken. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017